Mobiler Demokratie-Baukasten. Räume kapern für Beteiligung. Eine Werkstatt mit recycelten Materialien. Mittendrin ein großer, selbstgebauter Fahrradanhänger. An einem Tisch zwei Männer um die 30. Sandro Werneis und Louis Schwarzenberger. Wir sind die Forumsinitiative. Wir sind ein interdisziplinärer Haufen von sechs Menschen. Vom Studierenden, Personen bis hin zu Tischlern, Architekten. Wir machen Interventionen im öffentlichen Raum. Wir arbeiten dabei mit Initiativen und Vereinen und bewegen uns eigentlich jetzt im gesamten Stadtraum Dresden. Und das immer schön nachhaltig mit dem Fahrrad. Räume oder Kulturräume in der Stadt werden enger, knapper. Und der öffentliche Raum ist ein Raum, der gestaltet werden kann, so verstehe ich den. Und der von der Zivilgesellschaft gestaltet werden kann. Und das, was wir machen, ist, wir probieren es einfach aus. Vielleicht manchmal sind wir Stolperstein im Alltag der Menschen, weil die das nicht gewohnt sind, dass da auf einmal wir oder eine andere Gruppe steht. Und manchmal sind wir genau diese Insel, dieser Gartenzaun, wo man sich mal kurz festhalten kann und ein Gespräch führt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich treffe eine Person, die außerhalb meiner Blase ist, die aber gerade meinen Weg kreuzt. Genau das zum einen. Und zum anderen ist es einfach diese Stadtgestaltung. Also ich kann selber, ich ermächtige mich selber, teilzuhaben und aktiv zu sein. Sie laden Holzplatten, würfelförmige Bauelemente und Kisten in den Anhänger. Ja, was soll ich sagen, das ist einfach gut gemacht. Hier agieren junge Menschen höchst politisch, indem sie sich mit ihren eigenen Positionen in den Stadtraum stellen und sich dafür ihre eigenen Orte schaffen. Sie kapern mit ihren positiven Mitmach- und Bewegungsangeboten einfach den öffentlichen Raum und bauen mit den Modulen des Forums, wie mit einem Lego-Baukasten, je nach Bedarf eine Bar, Sitzgelegenheiten zum Austausch oder einen Infoturm. So entstehen immer unterschiedliche Räume, die für unterschiedliche Themen genutzt werden können. Das finden wir super. Denn politische Bildung zu machen, heißt nicht nur Themen zu setzen, sondern wie wir finden, vor allem Räume zu gestalten, in denen Austausch möglich ist. Luis fährt mit dem vollgepackten Anhänger aus der Werkstatt. Mit zwei anderen folgt Sandro ihm auf einem selbstgebauten Lastenrad. Sandro? Das Forum ist eine auf dem Lastenrad anhängerbasierende Mikroarchitektur aus wiederverwendeten, geretteten Materialien, die als Werkzeug funktioniert, um dir den öffentlichen Raum anzueignen und deine Themen im öffentlichen Raum zu positionieren. Sie fahren durch einen Park. Wir versuchen, die Menschen zu erreichen oder die zum Nachdenken anzuregen, indem wir mit unserem Hänger im Stadtbild aktiv sind. Und dass dieser Hänger nicht an allen Ecken blitzeblank aussieht und auch eine Diversität an Materialien aufweist, ist eigentlich schon ein ganz guter Gesprächseinstieg. Und dann hat jedes Material eine Geschichte. Wir können erzählen, wo es herkommt. Wir können erzählen, was das schon mal gewesen ist. Und genau diese Geschichten, die können wir nur erzählen, weil wir eben mit diesen Materialien bauen. Und die kannst du nicht erzählen, wenn du neues Material verwendest. Ziel war es jetzt auch, dass wir diese Sachen auch irgendwie bereitstellen wollen. Also wir wollen irgendwie auch so einen Wissenstransfer da irgendwie schaffen, dass wir unsere Bauanleitung halt auch öffnen sozusagen. Wir haben ja auch den Anhänger nach einer Open-Source-Bauanleitung von Carla Cargo gebaut. Das, was wir machen an der Arbeit, haben wir irgendwie selbst, haben wir uns selbst ein Werkzeug gebaut. Aber dieses Werkzeug ist irgendwie dazu da, dass man gemeinsam kollektiv halt stattmacht. Und deswegen sind auch diese Transparenz-Sachen halt auch voll wichtig, Comments. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch den Leuten mitgeben. Man kann Sachen selber bauen. Wir hören hier, dass die wiederverwendeten Materialien Anlässe für Gespräche geben. Auch der Fahrradanhänger, auf dem das Material transportiert wird, hat eine Geschichte und fällt im Stadtbild auf. Was wir hier lernen können, ist, dass sich Kontakt und Begegnung oft an ganz anderen Stellen und zu ganz anderen Themen ergibt, als vorher vielleicht gedacht. Dieses Projekt nutzt zunächst einmal die Irritation. Etwas einfach hinzustellen. Orte und Materialien anders zu nutzen. Und was die Menschen bewegt, was sie denken und wie sie handeln möchten, bringen sie selber mit. Das ist wirklich richtig gut. Schließlich sollen Bildungsprozesse von den Teilnehmenden aus entwickelt werden. Sie bauen Bar- und Tischtennisplatte auf. Das Waschbecken, das brauchen wir für die Bar. Unser Ziel ist es, dass wir ein Tool bereitstellen, wo jeder Mensch die Stadt erkunden, entdecken und seine Themen in die Stadt bringen kann. Also ich denke schon, dass wir einen Teil zur Demokratie und zum Demokratieverständnis, zur Demokratiearbeit beitragen, indem wir ein partizipatives Projekt initiiert haben, was im nächsten Schritt uns irgendwie das ermöglicht, unsere Themen auf die Stadt zu tragen, Diskurse anzuregen, aber auch allen anderen Menschen irgendwie offen steht. Und sich damit zu nutzen und sich damit zu positionieren und selber mitzugestalten. Und in dem Moment, wo ich selber mitgestalte, bin ich doch voll drin in der Demokratie. Sie reden mit Passanten. Was wir glaube ich so fördern, ist so im Kleinen und Niederschwellig irgendwie Orte der Begegnung und des Austauschs zu schaffen. Also wie so eine Art urbane Insel im Stadtgefüge, wo eben Kooperationen, Initiativen auch deren Themen sichtbar machen sozusagen. Oder auch erstmal zu den Leuten hinzubringen. Also dass es nicht irgendwo in einem gemieteten Raum ist, im Bürgerbüro oder sonst wo, sondern dass es halt irgendwie auch direkt vor der Haustür stattfinden kann und dass die Leute sich langsam rantrauen können, wenn sie erst mal Vertrauen aufbauen möchten. Und ich glaube, das ist eigentlich der Bezug, den wir haben, ist wirklich Leute zusammenzubringen und wirklich auch so eine Position zu stärken, wo es darum geht, so Stadtentwicklung von unten zu machen. Also erst, wenn man irgendwie sich einen Bezug aufbaut, zu seinem Lebensumfeld, fängt man halt an, so Bindungen zu schaffen, übernimmt man Verantwortung zu dem Ort auch. Und ich glaube, das zeigen wir ganz gut mit den Aktionen. Wir probieren halt auch einfach Formate aus. Was wäre, wenn? Also steht da jetzt zum Beispiel später dann noch eine Tischtennisplatte an einem Ort, wo sonst keine steht? Probieren wir das aus und schaffen somit eigentlich einen Begegnungsort, wo auch nachbarschaftliche Austausch stattfinden kann. Im Sonnenschein spielen zwei Männer Tischtennis. Eine Gruppe sieht zu. Wir finden das echt super. Denn alle sprechen von aufsuchenden Formaten politischer Bildung und dann ist oft nicht klar, was damit gemeint ist. Wir brauchen mehr Projekte wie dieses. Projekte, die Räume bereitstellen, an öffentlichen Orten und überall dort, wo Menschen unterwegs sind und manchmal auch ganz einfach im Vorbeigehen ein Angebot für Aushandlung, Begegnung, Wissensvermittlung oder Beteiligung nutzen können. Das Forum ist für alle zugänglich und auch ausleihbar. Es eröffnet einen Möglichkeitsraum und genau darum geht es im Rahmen politischer Bildung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Gruppe spielt Rundlauf um die Tischtennisplatte. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, man müsste so ein bisschen eine Kontinuität haben und dass man da auch wirklich einen direkten Input oder Output hat, besser gesagt. Ich glaube, dass an den Orten konkret bleibt erstmal keine Veränderung, aber die Personen, die das gesehen haben, haben natürlich die Veränderung des Ortes wahrgenommen und die Möglichkeit wahrgenommen, was an diesem Ort noch sein könnte. Deswegen, ich glaube, die Veränderung ist eher beim Mensch als am Ort, weil wir sind ja temporär irgendwie nur da. Wir ploppen auf und sind wieder weg. Genau, aber wenn du das einmal gesehen hast, dann denkst du vielleicht auf einmal in einer ganz anderen Sparte, die so, ah ja, das könnte ich ja auch einfach machen. An der Bar unterhalten sich Leute in der Ferne Hochhäuser. Ein Megafon auf lavendelfarbenem Grund, in eckigen Sprechblasen davor. Vielen Dank an instagram.com slash for.umwandlung. Weitere Videos unter einfachgutgemacht.judit.de